Der Chef der russischen Alibi-Oppositionspartei, gerechtes Russland, Sergej Mironov, soll ein zwei Jahre altes ukrainisches Mädchen adoptiert haben. Das Mädchen war im August 2022 aus der ukrainischen Stadt Tscherson entführt worden. Die BBC konnte Margaritas Schicksal mithilfe der ukrainischen Ermittlerin Viktoria Novikova nachzeichnen. Margarita war eines von 48 Kindern, die vermisst wurden, nachdem russische Truppen die Stadt Tscherson erobert hatten. Sie war damals zehn Monate alt. Wochen später, im Oktober 2022, kam der russische Duma-Abgeordnete Igor Kastjukiewicz in das Heim in Tscherson, um die Deportation der übrigen Kinder zu organisieren. Er postete selbst ein Video von der Aktion auf seinem Telegram-Account und stellte sie als humanitäre Mission dar. Seiner Aussage zufolge wurden die Heimkinder auf die seit 2014 von Russland annektierte Krim in Sicherheit gebracht. Monatelang versuchte die BBC Margarita und die übrigen 47 Kinder ausfindig zu machen. Ermittlerin Novikova entdeckte ein Dokument, wonach das Mädchen für medizinische Tests in ein Moskauer Spital überstellt wurde. Auf dem Papier wurde auch eine Frau namens Ina Varlamova genannt. Weitere Recherchen ergaben, dass Varlamova an dem Tag in die Ukraine kam, als Margarita aus dem Kinderheim weggebracht wurde. Die Russin bestieg wenig später den Mitternachtszug zurück nach Moskau und alles deutet darauf hin, dass sie Margarita mitnahm. Verheiratet ist Varlamova mit Sergej Mironov, Chef von Gerechtes Russland, einer Partei, die gegründet wurde, um Oppositionsstimmen zu absorbieren, aber eigentlich kremeltreu ist und ein Unterstützer von Putin. Varlamova und Mironov scheinen laut BBC als Eltern auf einer Geburtsurkunde einer Marina auf, die im Dezember 2022 14 Monate alt war. Sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie Margarita. Das Schicksal von Margarita ist eines von Tausenden. Nach Angaben der ukrainischen Regierung sind inzwischen fast 20.000 Kinder identifiziert, die von den russischen Invasoren seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 entführt wurden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat wegen dieser mutmaßlichen Verschleppungen gegen Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Belowa einen Haftbefehl erlassen. Nach der Genfer Konvention ist ein Kriegsverbrechen, in Kriegszeiten grundlos Zivilisten zu deportieren. Ebenso verboten ist es, den Familienstatus eines Kindes zu ändern.